Ja und damit willkommen zurück zu Estrellas, da haben wir ja gestern aufgehört und da machen wir heute direkt weiter. Wir sind ja in der Forschung stehen geblieben. Ist auch rausgeregt für was der Hammer ist. Der Hammer macht auf dem Abbaugerät Gedingstbums da dran und dann sammelt er nur die Materialien ein ohne Dreck quasi. Das ist der Hammer. Ja da hinten an der Rakete, da waren wir auch schon. Das haben wir ja alles schon gemacht. Tja und jetzt brauchen wir erstmal ein paar Forschungspunkte und hoffen das hier schnell weiter geht. Das ist der Hammer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 5.000 FD 3500 und das 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 4200 3200 3200 3200 3200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 5200 5200 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020